Hallo? Wieso läuft die Aufnahme? Das Handy von meinem Bruder liegt hier. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt heimlich an das Handy von meinem Bruder und mache hier so Sachen drauf, oder? Das ist eine gute Idee. Lasst Lacko Labo da. Wisst ihr, was ich zuerst mache? Der hat hier auf sein Handy Amazon. Boah! Warte mal. Ich bestelle mir jetzt einfach Sachen von Kevin Handy. Ich brauche, ähm... Ähm, was brauche ich? Süßigkeiten! Was gibt es hier? M-M-Nach-Nach-Nasch-Maschine? Was ist das denn hier? Ich will irgendwas Cooles. Ich mache jetzt hier so eine Süßigkeiten-Box. Und dann noch was. Das verbotene. Red Bull. Weil das habe ich bei meinen Eltern zu Hause, habe ich das nicht. Nicht immer nur, wenn ich hier mal mein Bruder bin. Boah, davon 24 Stück. Wenn meine Mama das sieht, dann 10 Jahre Hausarrest, glaube ich, oder? So. Fahrenkorb. Jetzt noch eine letzte Sache. Ähm... Freund... Freundin-Geschenk? Alter... Was heißt das? Riesenmilka-Chokotafel? Boah, warte. Ich brauche aber so ein, ähm... Ähm, irgendwas Cooles. Hier eine Blume. Ähm, eine Blume... Weil Blumen sind, glaube ich, total, äh... Ultra-Krass. Eine Blume in, ähm... Ja, das auch noch. 100 Euro. Weil, wisst ihr, ich habe letztens Tutorial geguckt, von Jonas. Der eine mit seiner Freundin, wo ich schon mal verboten geguckt habe. Und der hat gesagt, man muss seine Freundin immer Blumen schenken. Und Red Bull ist für mich. Und Süßigkeiten auch. Kaufen! So, was mache ich jetzt als nächstes? Ich gehe mal... Spiele... Bolz-Stars. Mal mal ein Bolz-Stars gucken. Ich muss da aufpassen, weil sonst kommt mein Bruder gleich wieder. Der ist, äh, gerade nur, ähm, eine Runde Kacken gegangen. Aber der ist immer so halbe Stunde da. Der ist irgendwie mit seinem iPad gerade. Was gibt es gerade? Gratis! Ja, aber ich muss auf mein Account. Ich weiß gar nicht. Hat mein Bruder mein Account hier? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist mein Account! Boah, ich muss mal gucken. Gratis! Brauche jetzt, ähm... Quater-Code Lukas muss man eingeben. Und dann lade ich mir nochmal schnell 12 Euro auf. Ihr dürft das alles nicht meinem Bruder sagen, ja. Weil jetzt kann ich ja auch hier, ähm... Hehe, der sieht aus... Der sieht aus wie mein Bio-Lehrer. Der sieht total witzig aus, den kaufe ich. Mein Bio-Lehrer ist cool. Das ist Herr Wolfgang. Den mag jeder. So, ich muss mich beeilen. Schnell noch in den Stamm. Hat mein Bruder hier in den Stamm... Stammel-Guy. Stammel-Guy. Ja, ich bin hier sogar auf mein Account. Ja, so, warte mal. Was kann ich hier kaufen? Boah, hier der Hase. Sensei Wabbit. Der sieht witzig aus. Wie der aussieht. Der sieht aus wie der eine China-Laden, wo mein Bruder und ich immer... immer Nudeln kaufen und, äh... Sushi. Habt ihr schon mal Sushi gegessen? Das mag ich nicht so gerne bei meinem Bruder. Und das Kinderrad. Das muss ich nochmal schnell drehen. Bitte was Gutes. Ich möchte einen, einen coolen haben. Der sieht aus wie ein Kochlehrer. Aber ein Kochlehrer braucht doch keiner. Ich drehe mal kurz das Rad. Sag euch gleich, was ich gezogen habe. Ja! Chibi-Guy! Der sieht aus wie ich! Der ist geil! Boah! Warte, den muss ich einmal auswählen. Warte, legen der... Boah! Das ist cool. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt in Kevin sein... sein WhatsApp und gucke mal, wen der so schreibt. Ich rufe jetzt mal den Lom an. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Ist das wichtig? Lom, Max! Ich bin gerade heimlich am Handy von meinem Bruder! Ja, Max! Was willst du? Ja, ich bin gerade heimlich am Handy von meinem Bruder! Ja, das ist krass, oder? Ich dachte, ich rufe dich an! Ja, Max! Ich habe gerade nicht viel Zeit! Ich bin am Aufnehmen! Ja, aber da... Also, äh... Ja, ich wollte nur sagen, dass du ein Brokkoli bist! Mehr wollte ich gar nicht! Selber einer! Und hör auf, Kevin sein Handy zu klauen! Ich schreibe ihm das jetzt! Weißt du was? Ich schreibe jetzt Kevin seine Freundin, ob die meine Freundin sein will. Oh, wäre ich vorsichtig! Der wird Kevin bestimmt sauer! Nein, Lom! Das mache ich jetzt! Ich muss auflegen! Tschüss! Ja, denn mit denen will ich gar nicht mehr reden! Oh, hier oben... Das ist, ähm... Kevin seine Freundin! Warte mal kurz! Der hat ja noch so einen Sticker gesendet! Vor, ähm... Vor vier Stunden! Alter! Die hat noch gar nicht geantwortet! Ich... Ich schreibe dir jetzt mal! Hallo! Freundin! Ich mach mal laut! Hoffentlich kommt die gleich online und schreib was! Wieso antwortest du nicht? Ah, sie schreibt gerade! Hallöchen! Äh... Was sagt die noch? Die schreibt noch irgendwas! Ich bin doch schon da! Ähm... Fang... Äh... Boah, was soll ich denn? Fang... Küssen... Ne, Matti, ich darf das nicht so schreiben! Fang machen... Wir wieder das... Verbotene! Mach ich so mit deinen Kussern, Smiley! Kevin, geht es dir gut? Ja! Ich bin gesund! Und du? Wieso schreibt die das? Sie soll doch antworten! Ähm... Mit deinem Herz noch! Wisst ihr, ich hab schon mal mit die Freundin von meinem Bruder gesprochen! Aber nur kurz! Weil, ähm... Also noch nicht so oft! Hab nur einmal Hallo gesagt! Weil mal, wenn die hier jetzt dann sagt mein Bruder, dann soll ich nicht vorbeikommen! Ich weiß auch nicht so genau, warum! Hallo! Antwortest du noch? Sie schreibt nur! Ich bin auch gesund! Aber es gibt es dir wirklich gut, du schreibst so anders! Ähm... Ja... Ich schreibe mit dir doch! Mit so einem kurzen Smiley! Wann... Ich schreib jetzt einfach direkt! Wann küssen? Ich schreib noch! Wie findest du, Max? Meinen Bruder? Der Kleine? Der Coole? Schreib ich noch! Augensymbol! Was heißt das? Max... Der ist schon unfassbar cool! Willst du... Einen Tag... Max... Freundin sein? Ich klau einfach die Freundin von meinem Bruder dann! Für einen Tag! Warum möchtest du denn, dass ich einen Tag die Freundin von Max bin? Ähm... Weil Max ist viel cooler... ...als Kevin! Er antwortet gar nicht mehr! Der kann gut das verboten nennen! Von Maybrit schreib vor lange! Hallo! Ganz, ganz sicher, dass es dir gut geht! Wo bist du denn gerade? Zu Hause! Du? Wieso schreibt die, ob mir gut geht? Mir geht's doch gut! Ich auch! Okay! Wann kommst du? Wieso schreibt die so langsam? Das schreibt ja sogar meine Oma schneller! Und die ist über 800 oder so! Du weißt doch, dass ich am Freitag wiederkomme! Das habe ich dir doch vorhin erzählt! Ja! Okay! Was mache ich denn jetzt? Kannst du meine Freundin sein? Bitte! Ich bin viel besser als Kevin! Oh nein! Ich habe jetzt aus Versehen falsch geschrieben! Ich muss ja wie mein Bruder schreiben! Hier ist Kevin! Wieso lacht die? Bist du dir ganz sicher? Ja! Ja! Nein! Nein! Jetzt nicht, Max! Hier ist Kevin! Ja! Hier ist Kevin! Ja! Kevins Freundin ruft an! Hallo! Hallo! Hier ist Kevin! Hallo! Hier ist Kevin! Ja! Ich habe Halsschmerzen! Ich bin doch am Telefon! Oh, Max! Mittlerweile kennen wir uns doch! Ich erkenne doch deine Stimme! Und auch wie du schreibst! Mann! Jetzt! Mann! Das ist doch alles doof! Jetzt weiß ich auch, dass ich das weiß! Ich wollte doch nur die Freundin von Kevin klauen!